Alle Hundeliebhaber mit Allergien aufgepasst. Wir wissen, wie schwierig es sein kann, den perfekten vierbeinigen Freund zu finden, wenn man allergisch auf Hundehaare reagiert. Heute habe ich die Top 5 der hypoallergenen Hunderassen für euch, die wenig haaren und deswegen oft für Allergiker geeignet sind. Diese Hunde sind nicht nur allergikerfreundlich, sondern auch wunderbare Begleiter. Nummer 1 Der Pudel Pudel sind in verschiedenen Größen erhältlich, von Toy bis Standard und sie sind alle gleichermaßen bezaubernd. Pudel sind für ihr dichtes, lockiges Fell bekannt, das kaum hart und wenig Allergene abgibt. Ihr Fell muss regelmäßig gepflegt werden, aber das ist ein kleiner Preis für ein allergenfreies Zuhause. Außerdem sind sie superintelligent und leicht zu trainieren. Pudel lieben es, neue Tricks zu lernen und sind großartige Begleiter für aktive Familien. Nummer 2 Der Bichon Frisee Diese kleinen verspielten Hunde haben ein weiches, wuscheliges Fell, das sie wie kleine Wattebäusche aussehen lässt. Diese kleinen verspielten Hunde haben ein weiches, wuscheliges Fell. Ihr Fell muss regelmäßig gebürstet werden, um Verfilzungen zu vermeiden, aber sie haaren minimal und sind somit perfekt für Allergiker. Sie haaren minimal und sind somit perfekt für Allergiker. Bichon Frisee sind bekannt für ihre fröhliche und freundliche Natur, was sie zu großartigen Familienhunden macht. Nummer 3 Der portugiesische Wasserhund Diese Rasse ist nicht nur Hypoallergen, sondern auch unglaublich aktiv und energiegeladen. Diese Rasse hat ein wasserabweisendes Fell, das wenig hart. Ihr Fell ist dicht und lockig, ähnlich wie das eines Pudels und muss regelmäßig gepflegt werden. Sie sind voller Energie und schwimmen für ihr Leben gern. Wenn ihr einen aktiven Lebensstil habt und gerne Zeit im Freien verbringt, könnte der portugiesische Wasserhund der perfekte Begleiter für euch sein. Nummer 4 Der Schnauzer Schnauzer gibt es in drei Größen. Zwerg, Mittel- und Riesenschnauzer. Und sie alle haben ähnliche hypoallergene Eigenschaften. Ob Zwerg, Mittel- oder Riesenschnauzer, Diese Hunde haaren kaum und haben ein drahtiges, widerstandsfähiges Fell. Ihr Fell muss regelmäßig getrimmt werden, um es in Topform zu halten. Schnauzern sind wachsam und treu. Echte Familienhunde. Sie sind bekannt für ihre Loyalität und ihren Schutzinstinkt, was sie zu großartigen Wachhunden macht. Nummer 5 Der Malteser Diese kleinen Hunde sind nicht nur Hypoallergen, sondern auch unglaublich charmant und liebevoll. Malteser haben ein langes, seidiges Fell, das so gut wie gar nicht hart. Ihr Fell muss regelmäßig gebürstet werden, um es glatt und glänzend zu halten. Diese kleinen Hunde sind super anhänglich und lieben es zu kuscheln. Sie sind perfekte Schoßhunde und lieben es, Zeit mit ihren Besitzern zu verbringen. Wichtig Jeder Mensch reagiert anders auf Allergene. Es ist wichtig zu beachten, dass selbst hypoallergene Hunde bei manchen Menschen Allergien auslösen können. Verbringt auf jeden Fall etwas Zeit mit dem Hund eurer Wahl, bevor ihr ihn adoptiert. So stellt ihr sicher, dass eure Allergien nicht doch ausgelöst werden. Ein Besuch beim Züchter oder im Tierheim kann euch helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt einige nützliche Informationen gefunden und seid nun besser vorbereitet, den perfekten Hypoallergenen Hund für euch zu finden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr tolle Inhalte. Eure Unterstützung bedeutet mir sehr viel und hilft mir weiterhin informative Videos zu erstellen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und viel Spaß mit euren pelzigen Freunden.